Ah, Leo! Ja! Ein Treffer! Super! Dreißen, ich da! Ich meine, du hast Arme übergewiesen. Na, dann haben wir es mal geschafft. Na, einmal ist die Schöne vorhin. Erstmal haben wir noch nicht gerechnet. Nein! Nein, vorne! Oh, fast noch einmal! Da ist die vierten jetzt, gell? Da ist die Leute. Ich habe es hier, ich habe es hier. Hallo! Mama, ich habe ein direktes Mal hier. Du hast mich auch hier gesagt. Du hast noch einen Kasten? Ah! Nein! Die andere Nummer 3 wäre der Leo Kassel. Der Ei Nummer 12 hat sich doch rediert. Aus Müllchen extra angereicht. Genau, genau. Das hat auch den nationalen Flair jetzt. Hast du Danke gesagt? Dann haben wir das 1 und 2. Dann haben wir die Nummer 2 mit 10 punkten. Das Ei Nummer 14. Und darin wird sich 12 dann her. Und weißt du was? Das ist durch. Und das heb ich noch auf. Und dann haben wir unseren absoluten Spitzenreiter. Also hat er 8 Euro ausgemacht mit 10 punkten. Das ist die Lien Hoffmann. Das Ei Nummer 9 mit 11 punkten. Dann haben wir 3 mit 7. 3 mit 6. Geht so. Ich bin weit oben. Ich bin weit oben. Dann habe ich noch ein paar Jahre. Alle anderen dürfen sich auch seit 2 Stelle nehmen. Vielen Dank.